Hallo, Abonnenten-Kanal-Besucher! Ich bin mal wieder unrasiert, das heißt, es ist wieder Zeit für einen Brindilog. Und ja, ich, wie ihr schon seht, die Hälfte des Bildschirms war von diesem Monstrum vor mir eingenommen. Das ist mein neues Mikrofon, ebenfalls ein Podcast-Mikrofon und ich bin sehr zufrieden mit der Soundqualität. Ich kann zum ersten Mal jetzt hier zur Kamera reden, ohne dass das Mikrofon anschreien muss, sondern ich kann normal laut reden, hehehe, was eine super Sache ist. Und ja, über was können wir heute reden? Zum einen Mal, die kommende Woche bin ich im Urlaub, ich bin Snowboardfahren und darum, ja, keine Projekte für euch. Leider, wenn ich richtig Hardcore bin, nehme ich jetzt gleich noch ein kleines Ding auf, das dann halt alles auf einmal am Montag online geht. Ich bin aber nicht sicher, ob ich das tun werde. Zeit und so, ich muss auch noch packen und mag auch noch ein bisschen was vom Tag haben, nach dem Aufräumen der Bude, das man vom Urlaub irgendwie tun sollte, weil sonst kommt man zurück und sieht aus wie Sau. So, genau, nach dieser Woche geht's dann mit was Neuem los. Katamari hat ja ein sehr frühes Zeitliche gesegnet, was ich ein bisschen schade finde, aber ich werde da wahrscheinlich irgendwann noch die downloadable Contents nachholen, die es für das Spiel gibt. Und der Slot wird jetzt mit einem neuen Projekt gefüllt, wie gesagt, ein Projekt, das ich nicht blind spielen werde, aber unbedingt nochmal spielen wollte, weil es so grandios war. Es ist eines meiner Lieblingsspiele des letzten Jahres, also wirklich eines der Lieblingsspiele des letzten Jahres, also von 2010 und ja, da könnt ihr euch auch freuen. Ein paar haben es schon erraten, was es ist. Ich habe auch ein paar Hinweise gegeben und ja, Freude drauf. Ich glaube, es wird eine super Sache. Und die zweite Sache, es ist ein Spiel erschienen am Freitag, von dem ich nicht gedacht habe, dass ich mir kaufen werde, dass ich da wieder reinrutsche, aber es ist Pokémon. Ja, da muss ich was zu sagen. Bringen wir das in Team mit euch? Ich und Pokémon haben eine sehr enge Beziehung im Grunde, weil ich weiß noch ganz genau, dass Pokémon das erste Spiel war, wo ich richtig, richtig derb gehypt für war es Kind. Die blau und rote Edition, da hat man dann in den Magazinen sowas von gelesen, aus Japan, dieses Spiel, das da total beliebt ist und mit diesen Monstern und der Serie dazu. Und ich dachte mir zuerst so, ja, okay, whatever. Und dann umso mehr Informationen nach Investen kamen zu diesem Spiel, wurde es schon klar, wow, das ist irgendwas ganz abgefahren Cooles. Und dann, als es erschienen ist, war es so mich vergessen. Also ich habe die Serie verschlungen, so nom 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 nom, jede Folge, Merchandise aller Art, Comics, Manga, die Serie, jeden Soundtrack, das Trading Card Game. Wenn Pokémon drauf stand, konnte ich davon ausgehen, dass ich es haben wollte. Und das war bei Pokémon Silber und Gold genau das Gleiche, ja. Und auch Rubin und Saphir war so yeah. Und dann die nächsten Teile, die auf dem DS waren, dann schon gar nicht mehr so der Hype. Aber jetzt bei dem, ich hatte richtig Bock, das zu spielen. Und ich habe das schon ein bisschen gespielt und ich bin vollkommen zufrieden damit. Das ist so ein gutes Pokémon, sie haben nicht viel gefixt, aber es sind ein paar Entscheidungen dabei, wo ich sagen kann, das ist super toll. Und ich finde es total schade, dass sie jetzt sagen, sie sehen dieses Format, dieses Spiel nur auf dem Handheld. Natürlich ist es ein Format, das in meinen Augen wirklich gut da funktioniert, mit dem ganzen Tauschen und dem ganzen Hier und Her gelaufen, halt unterwegs spielen. Aber ich hätte gerne so ein richtig geiles 3D-Pokémon mal gesehen, so auf der Wii zum Beispiel. Also in dem Fall wäre es ja nur auf der Wii möglich, wegen Nintendo und so weiter. Aber da, das ist schade. Also zum Beispiel, ihr müsst euch auch so vorstellen, ja, als wir damals Kinder waren und wir haben nur Pokémon Blau und Rot gehabt, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gespielt habt, ich habe auch viele junge Abonnenten, die da vielleicht erst mit dem Game Boy Wands richtig eingestiegen sind. Und ja, die Grafik war ziemlich mager, weil es war ein uraltes, herpanisches Game Boy-Spiel und kam ja noch viel später hier nach Deutschland, warum die Grafik sogar für unsere Verhältnisse damals schon sehr veraltet war. Und als dann Pokémon Stadium rüberkam in den Westen, da waren wir halt gehypt, weil wir konnten unsere ganzen Lieblings-Pokémon in 3D sehen. Wenn das Spiel auch im Endeffekt ziemlich langweilig war, finde ich jetzt. Dann kam Pokémon Snap, da konnte man in 3D die Pokémon fotografieren, aber es gab kein Spiel, wo man frei durch die Welt laufen konnte und Pokémon fangen. Pokémon, ich weiß nicht, ob der ganz genau Titel war, aber das für ein Gamecube das erste. Irgendwas mit der dunklen Sturm, kann das sein. Das war eines der ersten Pokémon, wo man wenigstens im Grunde Pokémon fangen konnte in einem 3D-Spiel. Aber es gab bis dato kein Spiel, wo man frei durch die Welt laufen kann und Pokémon fangen. Und ich dachte immer, das wäre eine super Sache für einen MMO eigentlich, also ein richtig schönes 3D-MMO-RPG. So, warum Nintendo das nicht macht, diese Chance nicht nutzt und diese Kuh melkt, ist mir eigentlich nicht klar, weil sie beharren sich ja so auf ihre Franchises, auf ihre hauseigenen Mario, Zelda, Metroid, warum dann nicht auch Pokémon ein bisschen mehr Liebe geben, als das übliche Update, das wirklich ein paar gute Sachen drin hat, aber im Grunde auch, wenn es nur ein Update der Serie ist, was ich echt schade finde. Man sollte hier einfach mal, also wir haben geheult, gebt uns ein neues Zelda, wir haben geheult, gebt uns ein neues Mario, wir haben alles bekommen. Nintendo gibt es ein richtiges 3D-Pokémon. Das fände ich cool. Ich meine, ich spiele nicht so viel Nintendo-Zeug mittlerweile, weil, keine Ahnung, aber das wäre eine Sache, was wir kaufen würden. Ja. Und ansonsten, zur Zeit sitze ich vor der Xbox, spiele Bulletstorm. Ich werde aber kein Let's Play davon machen, weil ich es nicht einsehe, dass, das ist so eine Sache. Jetzt muss ich, das ist das Gleiche wie bei Minecraft, ja. Ich bin niemandem, der jemand verdammt, der da sagt, okay, das Spiel, wenn du spielen willst, spielt es. Ja, wenn du Bock hast, ein Spiel zu spielen, dann mach das Let's Play dazu. Aber, es hat schon immer einen Geschmack, wenn ein Spiel erscheint und drei Tage vorher tauchen die ersten Let's Plays auf und alle wollen auf diesen Zug aufspringen. Das wird bei Crysis 2 genau gleich sein. Das wird bei Gears of War 3 genau gleich sein. Das wird bei Zelda Skyward Sword genau gleich sein. Immer wenn ein großes Spiel erscheint, dann kommen Leute, die es Let's Playen werden, nur um dieses Spiel zu Let's Playen, nicht weil sie spielen wollen, ja. Ich zum Beispiel habe gesagt, ich werde Bulletstorm nicht Let's Playen, aus dem Grund, weil, ich habe durchaus mir gesagt, hey, das wäre Let's Play Potenzial, weil es abgefahren ist, es ist ja guten Humor, man sieht viel, es geht einfach viel ab, zu dem man auch was erzählen kann und man Witze reißen kann. Aber ich möchte als Spieler dieses Spiel auch genießen können. Es ist nicht so, dass wenn ich ein Spiel als Let's Play spiele, dass ich keinen Spaß daran habe. Ich glaube zum Beispiel, manche Spiele gehen darin auf, dass man sie Let's Playt. Zum Beispiel bei Katamari hätte ich niemals so viel Spaß am Spielen gehabt, wenn ich nicht permanent ein Mist für euch erzählt hätte. Aber jetzt gerade bei Bulletstorm, da möchte ich mich ein bisschen hinsetzen, in Ruhe das Spiel genießen, jede mögliche Art dieses Spiels ausschöpfen, die Gegner an die Wand zu klatschen. Und das könnte ich einfach nicht, wenn ich Let's Playen würde, weil wenn ich Let's Playe, dann habe ich immer so im Hinterkopf dieses, du musst jetzt vorangehen, du musst das tun, weil die Leute, ihr möchtet ja auch Action sehen. Ihr wolltet, dass da was passiert. Und wenn ich dann da stundenlang rumlaufe, und ich Zeug probiere, ist das langweilig. Bei Katamari ist das eine ganz andere Sache. Und darum muss man für sich überlegen, ob es sich Jonas zu Let's Playen wäre. Ich glaube, wenn ich es Let's Played hätte, hätte ich damit bei weitem nicht den Spaß gehabt, den ich jetzt habe, weil ich einfach dann viel gezwungener spielen würde. Was nicht heißt, dass ich regulär gezwungen Video spiele, wenn ich sie Let's Playe. Das dürft ihr nicht falsch verstehen. Aber ja, ich denke mal, es ist ein bisschen scheinbar in Worten zu sagen, aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und das ist eben dieser Beigeschmack, den ich da habe, wenn Leute irgendwie so aus Let's Playen das gerade frisch erschienen ist. Das ist genau wie die Sache mit Minecraft. Minecraft in meinen Augen ist ein super Videospiel. Oder Computerspiel, wie man es genau nimmt. Es macht wirklich, wirklich viel Spaß. Aber der Clou bei Minecraft ist Minecraft. Minecraft ist das, was man selber daraus macht. Es ist wie, wenn man als Kind auf einen großen Abenteuerspiel das geschickt wird und dann im Kopf seine eigenen Abenteuer erlebt. Und das ist für mich Minecraft. Und sehr viel vom Spaß von Minecraft kommt daraus, was man selber daraus macht. Und ich kann durchaus verstehen, dass Let's Shows cool sind, wo Leute zeigen, was sie gebaut haben, wenn sie irgendwelche abgefahrenen Sachen gebaut haben. Das gefällt mir auch. Ich schaue mir auch gerne die abgefahrenen Konstruktionen, an die manche Leute hinpflanzen. Aber Leute, ihr könnt mir nicht erzählen, dass euch Let's Plays Spaß machen, wo ein Typ von Null auf bei Minecraft was hochzieht. Vor einmal vielleicht. Okay, einmal kannst du vielleicht losziehen, wenn der Kommentar auch wirklich, wirklich gut ist. Aber warum muss es jeder und seine Mutter machen und denken, er folgt damit, ja? Ich habe vor Monaten mal im Let's Play Forum ein Topic erstellt, das habe ich genannt Mut zur Nische. und ich habe darin gesagt im Grunde, Leute, spielt nicht immer das, was alle spielen, nur um es zu spielen und wer denkt, ihr werdet damit schneller erfolgreich. Macht ruhig was anderes. Früher war es dann anscheinend so, dass immer alle wollten sie Mario World spielen, Kaizo Mario und das Zeug, weil das halt alle Großen gemacht haben, aber die Großen spielen nicht Kaizo, weil sie groß sind. Moment mal, nein. sie sind nicht groß, weil sie Kaizo spielen, ja? Das heißt, denkt nicht, ihr spielt, so ein Spielwerk gleich die riesen Let's Play, spielt was mit ihm, ihr zufrieden seid, komfortabel seid. Wenn das dieses Spiel ist, okay, aber habt auch mal ruhig den Mut, das anders zu machen. Damit habe ich nie gesagt, ihr dürft das nicht, ja? Ich sage nur für mich und das ist meine persönliche Meinung, dass ich halt der Sache überdrüssig bin. Zum Beispiel ist es mir klar, dass jetzt Leute vielleicht kommen und sagen, hey, du spielst Super Meat Boy und das ist auch voll der Mainstreamer bei Let's Plays. Ja, aber schaut mal, wann ich Super Meat Boy hochgeladen habe. Ich möchte es nicht, ich glaube, ich war einer der ersten deutschen Let's Plays hochgeladen haben, aber das habe ich nicht getan, weil ich gedacht habe, oh, dieses Spiel wird voll der Hammer, damit werde ich super berühmt. Nein, ich habe am Anfang sogar Angst gehabt, Meat Boy zu machen, weil ich dachte, es gefällt euch nicht. Wenn ihr mal zurückgeht, ein paar Prenilox werdet ihr sehen, dass ich da eine Umfrage habe und es frage, was wollt ihr sehen? Und ich bin sehr verhalten gegenüber meiner Meat Boy Entscheidung. Ich habe da sehr lange mit, mit, daran überlegt, ob ich wirklich super Meat Boy als Projekt starte. und jetzt will jeder super Meat Boy machen, weil irgendwann haben sie gemerkt, wie gut dieses Spiel ist und sobald irgendwie so ein Nischentitel aufbloppt, wollen alle ihn spielen und das dürfen sie, aber ich für mich kann sagen, angenommen, ich sehe jeden Tag im Let's Play Forum neue Let's Player eintudeln und ich bin ein Mensch, ich schaue durchaus mal da rein, aber davon machen entweder alle momentan Minecraft oder Bulletstorm und dann kann ich sie gleich weglegen, weil ich will das Zeug nicht mehr sehen. Mach was anderes, bitte. Wie ist denn bei euch? Sagt es mal, schaut ihr euch Minecraft Let's Plays an? Macht ihr sowas? Oder habt ihr ab eins gesehen und dann nochmal eins? Ich meine, bei sowas, na gut, sagen wir mal, Minecraft ist es weniger, ist es schlimmer in meinen Augen als was wie Meat Boy oder Bulletstorm, weil da können die Spiele noch was anderes machen im Grunde. Also was richtig anderes, aber bei Minecraft ist es im Grunde immer nur dasselbe. Klar, natürlich kommt da auch was ganz anderes raus, aber der Spielfluss ist einfach halt so auf einen selber fixiert, dass Zuschauen irgendwann blöd wird. Naja, ich möchte jetzt nicht hier den Mega-Rant anfangen, was ich eigentlich schon getan habe, ich bin schon fast zwölf Minuten am Reden und darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Okay, lasst uns hier mal einen Strich ziehen und nochmal zusammenfassen. Also, ich bin eine Woche lang nicht weg, das heißt, Montag bis Sonntag kommen keine anderen Videos, es sei denn, ich setze mich jetzt gleich hin und mache nochmal eine Kleinigkeit, was ich vielleicht sogar tun werde, wird aber echt nur eine Kleinigkeit und die wird dann einfach am Montag in einem großen Ballen online gehen, weil aus Österreich kann ich einfach nicht, habe ich nicht die Zeit und nicht die Ressourcen, um das Zeug online zu schalten. Also wird alles auf einen Batzen online gehen, das heißt, wenn ihr über die Woche hin verteilt, Zeug sehen wollt, teilt es euch ein bisschen ein. und danach geht es dann los nächste Woche mit neuen Projekten am Montag und geht es dann sofort los mit dem neuen Projekt wahrscheinlich und Dienstag und Donnerstag ganz normal Muramasa und da jetzt dieses tolle Mikro hier ist, wird auch IloMilo, denke ich, das demnächst mal weitergehen endlich. Hurra, hurra, hurra und auch der HadoCast hat bald wieder eine neue Folge und da haben Dom und ich das Thema Downloadable Content, jedenfalls höchstwahrscheinlich. Schreibt mir PNs zum Thema Was haltet ihr von Downloadable Content? Damit wir euch featuren können im HadoCast. Jo, das war Brini, das war der Brini-Log-Nummer, ich glaube 14. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich habe jetzt erstmal Aufräumarbeit und bringe die Bude nochmal in den Stand, bevor ich in den Urlaub fahre und bis jetzt danach wieder. Haut rein. Ciao, ciao.